So, da sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder da, so. Neue Runde, neues Glück für John Cena. John Cena möchte gerne Rückkampf. Ja, wir machen dann Rückkampf, aber diesmal einen richtigen. Wir haben die Fresse, diesmal bei einem Ring. Und wir machen es auch bei... WrestleMania. Haben wir nicht. Ist sehr schwer. Ja, 31. Stimmt. Wir machen ja WrestleMania 32. Wir machen natürlich einen Titelkampf. 33 gibt es ja nicht. Und natürlich, den United States machen wir jetzt nicht. Warum? Wo kannst du wieder zurückholen? Ja, dann machen wir auch United States. Einzug machen wir natürlich, den wollen wir mal sehen. Ich habe ja ja vorher gewonnen, also müssen wir jetzt auch Rückkampf haben. Ja, Mutti. Heu doch. Hauptsache Werbung für Snickers. Hätte ich das auch gern. Ja, Wolfsburg für 2-0 gegen Ingolstadt. So ein Scheiß. Wollen wir jetzt jetzt mir das? Ich muss mal ein bisschen. Möchte ich doch gar nicht wissen. Ja, was ist Rock für den Willen? Popo versorgen. Ja, die letzte Folge war ja leider etwas schneller vorbei. Dann hat er mir keine Chance gelassen. Dann hat er mich ja erst durch den Tisch gehämmert. Und dann noch eine durchgezimmert. Ja, wie sie spricht. Ist ja top. Du hast dir die Stimme ausgemacht. Stimmt, ich habe die Stimme ausgemacht. Er hat es uns mal gelassen. Nee, das müssen ja keiner wissen. Ich dachte, ob das jetzt war ja von John Cena. Sehr gerne Böse. Oh ja. Wie gesagt. Das wäre unbezogen. Ich schmeiße sein Ding weg. Ja. 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 Nein, das machen wir jetzt nicht. Oh ja. Daher machen wir dich. Das wäre unbezogen. Ich schmeiße sein Ding weg. Ah, jetzt haben wir gesehen, wo wir jetzt Rock sehen. Hier kommt der Geil zu Rock. Ja, ich bin ja. Ja, ich bin ja. Ich glaube, der ist immer noch nicht mehr, wenn er aufgetaucht ist. Ja, ja. Ich glaube, dass meine Aufgetaucht ist. Aber, ja, war viel kaut. Aber, ja. Aber nicht. Ja, da ist er. Das war noch Zweiten. Mir ist er noch ganz nass, aber so. Er hat noch Haare, Leute. Das war doch. Ich habe noch keine Haare. Er hat ja noch Haare. Ja. Ja, durch die Augenbraue, macht er sie noch? Ich glaube nicht. Jetzt wärs geil, wenn er so hochziehen würde. Aber das war mal. Ja, Jack zieht er schon direkt weg vor. Ja. Dann drücken sie mal Start, junge Frau. Ne, nicht X. Achso. Warte, ich komm in den Ring. Ich bin doch am Feiern hier. Nein, nein. Nein, ich will ihn nicht aufheben, aber gut, dass er konnte. Ja, ich hätte schon... Aber, aber hier. Was haben wir hier an? Hallo, Joker-Move oder was? Richtig. Oh, ich hab da was. Geh dann mal weg! Das ist wieder zu viel. Nein, ich darf das eh. Zu viel! Ich hab da was entdeckt. Das ist meiner. So, Joker, da musst du treffen. Das ist meiner. Ja, du Schotze, ey. Was? Oh, ich reif's jetzt mal Goppern. Wie scheiße reicht? Vielleicht. Ich spiele nicht Motor, komm mit dir, ne? Ich geh auf zu den Lappen. Na, aber schön, dass du mir wieder einen Ring zurückrufst. Mit von dir. Und packst deinen Schmuck und gehst nach Hause. E2 muss er drücken. Der Feier ist aber unlappen. So. Oh. Ich geh da nicht hin mit dem R2 drücken, ey. In your face. Na, ich kenn's aber. Auf der Kopf würde ich so sagen. Ich hab wieder so'n Bitch-Slag mit dir. Jedes Mal krieg ich so'n Bitch-Slag. Mit mir recht. Ja, ist klar. Bam! Das geht doch weh. Das ist ja. Dafür ist es ja da. Legt der noch nicht so rum. Schnuff. Bam! Er steht direkt oben auf dem Ringseil. Hast du gesehen? Ja, ja, ja. Wie, was, ey? Ja, ja. Ja, ja. Insofiri. Ja komm, ich springe da rein! Kommt doch nicht mit dir. Ach, du bist ja nicht hier rein! Oh, jetzt wird er schon ja nicht politisch. Fängst du aus? Meiner. Hallo, John Cena. Auf die Fresse mit John Cena. Ja, ja. So, zu Noel! Das ist ja mal eingangs näher laufen, Freundin. Sieh mal Satz. Ja. Wahnsinn. Das darf ich gar nicht mehr laufen, Freundin. Ja, ja. Ja, ja. oh 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 ich geh auch nicht was nimmst du? ich nehm gar nichts warte ich nehm den Tisch hab kurz wir also finde warte jetzt mein geisteskranker Oma ist warte raus mit dir weg mit dir ah du hast nochmal genutzt bin eigentlich schon wieder auf dem Tisch doch, dann gehts warte, schau dich auf komm, steh auf nicht in die Ecke du musst R1 und L1 über den Laufstellen stand da dran hinstellen Boden jetzt ein bisschen bearbeiten oh shit oh shit NEH NEH ich steh den Tisch dahin und du kloppst mich jetzt ein Ding wieder weiss BAM das wird sich wohl egal OH NEIN OH NEIN OH NEIN BAM IN YOUR FACE der hat so eine Säubuchstelle ha 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 schön in der Knie bearbeiten warte steh auf kann nicht wahr sein ok oh nein oh nein oh hier zu früh boah alter immer auf in arsch kann ich mal die Tisch dahin hier weglocken die auf Fehler aufwisch Kommt hier rum wie so ein Bärtschweinchen. Oh nein. Gar nicht! Komm schon! Was sind wir denn eigentlich noch so? Wo schon gesagt? So schreck ist der Tisch. Komm schon! Nicht krepeln! Steh auf! Ich kann nichts machen! Ich komm auch nicht rein mit dem Tisch. Ich geh mal raus. Jetzt. Alles klar. Ich muss noch Stühle ziehen. Gut das. Ich komm schon mal ein bisschen leer für dich, gell? Hätte ich dann noch nicht drauf werfen. Ja. Ja. Alles klar. Ich behalte mich an diesen verrotteten Tisch hingehört. Ist klar. Ja. Da war der Finisher. Gar nicht. Ist klar. Ja. Wie geht das? Wie geht das? Das war ein Comeback. Ich bin ein Comebacker. wie geht das mit dem Tisch. Ich bin ein Comebacker. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Harst du ihn mal? Hm. Das gibt doch gar nicht witzig an die Verarsche Der war ja zu viel fein, der war Seymour Sox, Seymour Sox Der war ja, der war ja Seymour Sox Seymour Sox Seymour Sox Kenn ich dein Ernst oder, oder? Da ist mein slide Ist mein Schuh aufpunken Der entwickelt so aus Wenn ich verarschen wie geht es los? was? was? weh nehmle weg mich doch weh nehmle weh nehmle weh nehmle peter kik noo nehmle weh nehmle bam halloo also bratenarsch mit mir hallo jetzt klar komm gehen wir rein komm schon raus mit dir halloo halloo das stimmt nicht mit dir ich weiß es auch nicht ach du scheiße shit muss die Fahr sein komm schon nein zu mir durch den Tisch na lecker komm eigentlich immer ich warum eigentlich immer ich durch den Tisch jetzt kommt dir bitte leid komm leid der Match raus geh weg oh shit nehmle nehmle oh nein nehmle nehmle komm schon du komm schon du komm schon du komm schon du komm schon nehmle raus mit der scheiß treppe allein wieder zu früh ach leck mich doch ey komm mal brep blöp in den Ringfuß du schwein blöp 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 du blöp Das war schon mal. Das ist so gut für die Füße dabei. Komm schon. Da ist er wieder. Bämst! Rufst du auf. Ich sag gar nicht mehr. Nein! Ich ziehe nach Fettig hier. Oh, geprallt. Oh nein. Nein! Ich werde euch nicht drauf liegen. Da gehst du durch, mein Freund. Nein! Ich werde euch nicht drauf liegen. Warum? Nicht wieder. Da geh ich schon wieder draußen. Ich bin auf die Knie gefallen, natürlich. Wir sind aber hart im Arsch, ey. Nein! Oh! 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 Haha! Hey! Könnt' das funktionieren, ey? Ich höre nicht aus! Ich glaube hier wird sich nichts mehr... Na das habe ich... das kann ich... Schweineficker... Muss ich mir bereuen... Was sagst du jetzt? Lass sich der Mofo noch feiern... Jetzt hab er! Hast du dein Widerschirm gehabt? Ja! Da kommt er! Ja! Oh aber... Mit dem Mofo... Gibt's richtig ins Gesicht! Rücken auf die Sauerei! Widerstand, aber ich kann Widerstand führen... Mit dem Mofo noch kommt! Ja! Na das geht! Rücken auf die Sauerei... Da siehst du... Oh nein! Was kommt denn jetzt? Haha, was ist denn? Nagi! Das kann ich auch! Der Ego fits! Also, was? I'm the best! Steh auf! Zu spät! Aua! Ich sag zu hier! Ich sag zu hier! Was ist jetzt eben der Zündung? Ich sag zu hier! 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 aber gleichsam, oder? Alter! Also, wir müssen da rauf Das gibt's doch nicht, ey! Was ein Match, ey! Titel, Erfolg, der Verteidig! Ja, so muss das laufen, mit diesen Dochs, ey! Ja, warte! Man muss doch immer auf den, den man hier durch die Büsche schmissen wird, hier! Ja, du bist doch gar nicht durchgeflogen! Wenn du den Tisch nicht offen hast! Dann wird er mich natzen, dann hab ich ihn aber verarscht! Ja! Mal ein schöner Kampf, doch! Muss man sagen! Das war das Ende! Yeah! Danach hat er mich fertig gemacht! Titel, Erfolg, der Verteidig! Yeah! Ja! Ja! Da sieht man's! Oh Gott! Immer welche blutige Clubs! Ja! Mit diesen schönen Szenen verabschieden wir uns mit dieser heutigen, schönen Folge! Adieu! Wir sehen uns dann in der nächsten Folge! Ja! 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 Ja!